Made in Salzburg Der Sportartikelhersteller Atomic wurde 1955 gegründet und produziert seit 1971 am Standort Altenmarkt in Pongau. Altenmarkt ist für uns das Center of Excellence für Skientwicklung und Skiproduktion. Wenige Minuten entfernt von den Bisten entwickeln wir und produzieren wir hier mit 750 Mitarbeitern die Ski der Zukunft. Jedes Jahr verlassen eine halbe Million Bar Ski dieses Werk. Digitalisierung, Vernetzung, Robotik und Automatisierung gehen hier Hand in Hand mit traditioneller Skibauweise. Digitale Lösungen sollen uns helfen, die Produkte und Prozesse der Zukunft zu entwickeln und unsere Mitarbeiter auf den Arbeitsplätzen zu unterstützen. Dabei spielt vor allem auch die Zusammenarbeit mit Forschung und Universitätseinrichtung eine große Rolle für uns. Dennoch steht bei uns nach wie vor der leidenschaftliche und erfahrene Mitarbeiter im Vordergrund, der eben maßgeblich zum Erfolg beiträgt. Präsentiert von der Salzburger Industrie Präsentiert von dem Blut Vielen Dank.